hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass er wieder eingeschaltet habt heute gibt es wie immer zu beginn des monats ein neues what i read next video für euch ich habe mir vier bücher von meinem sub ausgesucht und die möchte ich euch heute gerne vorstellen damit ihr quasi entscheiden könnt welches davon ich im monat februar lesen werde ich habe mal wieder ein über thema für dieses voting ausgewählt und dieses mal machen wir wieder ein wie es im titelbild vielleicht schon gesehen habt buch schnitt voting das heißt ich habe mir vier bücher ausgesucht mit einem farblichen buch schnitt oder einem sonder buch schnitt manches sind erst auflagen buch schnitte manches sind aber auch von der bücher büchse zum beispiel und ja ich werde euch die vier bücher jetzt vorstellen und ihr dürfte auswählen welches buch im februar von meinem sub befreit werden muss ich habe jetzt gerade mal geguckt es sind tatsächlich drei erst auflagen buch schnitte und ein bücher büchsen farbschnitt und ich würde sagen wir starten einfach mit dem einzelnen buch schnitt von oder mit dem einzelnen buch von der bücher büchse das wäre flowers and bones tag der seelen das hat so ein schönes metallisches cover ich weiß nicht ob man sie jetzt so gut erkennt es hat auf jeden fall sehr viel metall elemente was mir sehr gut gefällt und es ist ja das habe ich euch ja immer im 24 für 24 video schon gezeigt weil dieses buch auf meiner liste ist ist quasi teil 1 der die logie und band 2 beinhaltet dann quasi den zweiten teil des gesichtes ich bin ein großer tag der toten fan deshalb bin ich auch schon sehr gespannt auf dieses buch da gibt es noch eine illustration dazu die habe ich vorher auch noch nicht gesehen aber ich finde richtig klasse also richtig richtig schön und bei der bücher büchse war auch noch ein autogramm sticker dabei habe ich dann einfach ins buch geklebt im laufe des jahres muss ich dieses buch ja sowieso lesen von daher werde ich euch wahrscheinlich noch ein zwei mal mehr in die kamera halten falls ist denn heute nicht oder in diesem video nicht gewählt werden sollte am tag der toten erwacht die magie zum leben valentina hütet ein geheimnis sie ist la cadrina jene legendäre figur die zum sinnbild für den mexikanischen tag der toten geworden ist damit ist es ihr bestimmt verlorene seelen ins reich der toten zu führen doch valentina muss aufpassen nicht zur zählscheibe zu werden denn seit die menschen von der existenz übernatürlicher wesen wissen machen einige von ihnen unerbittlich jagd auf sie valentina vertraut sich ausgerechnet der hexe lily an nichts ahnend dass diese ihre eigenen pläne verfolgt eine schicksalhafte entscheidung buch nummer eins lustigerweise habe ich gerade festgestellt dass drei der vier bücher auch auf meiner 24 für 24 liste sind das war jetzt tatsächlich keine absicht ich habe wirklich nur nach buchsnitten geschaut aber ich denke ein 24 für 24 sub voting wird es auch im laufe des jahres noch geben wenn ein paar mehr bücher von meiner liste erschienen sind ja machen wir jetzt aber weiter mit buch nummer zwei dass ich euch auch im video zuvor nein vor zwei videos schon gezeigt habe fighting fate von juli dorne ich glaube mittlerweile dass es so ausgesprochen wird ich bin mir aber immer noch nicht sicher ja wie man unschwer am titelbild erkennen kann geht es um griechische götter also das sieht man auf den ersten blick und das ist ja ein thema das mich eigentlich immer interessiert das buch habe ich zusammen mit der lieben nenja gekauft und ich hoffe dass wir es dann auch zusammen lesen werden also wenn es jetzt heute gewählt wird oder in diesem video gewählt wird dann muss ich da mal ein bisschen druck machen dass wir das zeitnah zusammen lesen er ist der prinz des hades sie sein bodyguard zwei fremde die das schicksal zusammengeführt hat taru fristet ein trostloses dasein seit jahrhunderten darf er sein apartment in new york nicht verlassen die strafe für ein unverzeihliches verbrechen die erinnäen warten nur darauf ihnen stücke zu zerreißen sollte er einen fehler machen das zufällige zusammentreffen mit trio ändert alles taru stellt fest dass er an ihrer seite für die erinnäen unsichtbar ist so heuert er sie an ihn zu beschützen zusammen machen sie sich auf die suche nach pandora die tarus fluch als einzige aufheben kann doch nichts kann rio und taru auf das vorbereiten was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander buch nummer zwei und weil wir gerade so schön dabei sind machen wir jetzt mit dem dritten buch meiner liste weiter das eben auch einen farbschnitt hat auch wenn er einfach nur schwarz ist aber es ist ein buchsschnitt das lied der krähen von lieber dugo ja wie gesagt das liegt schon eine ganze weile auf meinem stapel und ich habe es nicht gelesen weil ich zuerst die krischerei lesen wollte die habe ich mittlerweile durch ich muss man tatjana fragen ob wir die krähen zusammen lesen wollen oder ob sie das mittlerweile schon getan hat weil wir nämlich auch die krischerei zusammen gelesen hatten und die ist ja quasi das hier ist ja quasi das bin auf zur krischerei und die vorlage zu der serie shadow and bone also damit ich endlich die serie gucken kann müsste ich dieses buch jetzt endlich mal von meinem sub befreien und da könntet ihr mir jetzt dabei helfen sechs unberechenbare außenseiter eine unmögliche mission ein dieb mit der begabung aus jeder falle zu entkommen eine spionin die nur das phantom genannt wird ein verurteilter mit einem unstillbaren verlangen nach rache eine magierin die ihre kräfte nutzt um in den slums zu überleben ein scharfschütze der keine wette widerstehen kann ein ausreiser aus gutem hause mit einem händchen für sprengstoff höchst unterschiedliche motive treiben die sechs außenseiter an die einen gefährlichen magier aus dem bestgesichertsten gefängnis der welt befreien sollen castbreaker meisterdieb und mastermind ist nicht der einzige der geheimnisse vor den anderen verbirgt und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem auftrag als die sechs krähen ahnen können nummer drei und last but not least nummer vier habe ich tatsächlich ausgewählt weil wir gerade letzte woche auf instagram eine blog tour für carlson highlights gemacht haben also ich und vier weitere bloggerinnen wie der esel nennt sich zuerst vier weitere bloggerinnen und ich haben eine carlson highlights tour gemacht zusammen im verlag haben wir auch bücher davon verlost also es war richtig eine richtig schöne tour es waren richtig schöne beiträge dabei könnt ihr euch gerne mal auf dem instagram kanal noch mal rückwirkend ansehen und ich spreche natürlich jetzt von einem der highlights dass die liebe steffi nämlich ausgewählt hatte court of moon beziehungsweise sie hat die ganze reihe so court of sun und court of moon vorgestellt weil sie die sehr sehr gut fand und ich habe band 1 auch sehr geliebt also das war tatsächlich damals auch ein monat oder mein monats highlight in dem monat in dem ich gelesen habe es hat ein bisschen akuta vibes und das wird auch sehr sehr oft in rezensionen erwähnt dass viel an akuta erinnert aber ich fand es trotzdem sehr sehr gut ich mag akuta sehr sehr gern und ich mag auch court of sun sehr gern und jetzt habe ich gedacht wäre es mal an der zeit band 2 auch endlich vom sub zu befreien ich habe das ganz lang nicht gekauft und habe es dann per zufall bei uns in der buchhandlung gesehen und das hatte noch den original erst auf langen farbschnitt der eigentlich schon überall ausverkauft ist dass das gute wenn du in so einem kleinen dorf wohnst da kriegst du halt manchmal noch monate später die erst auflagen buchsnitte alles was brie zu wissen glaubte hat sich in schatten und dunkelheit verloren sie ist zutiefst verletzt von sebastians verrat und wild entschlossen ihre stärke in sich selbst zu finden doch während am hof des mondes ein bürgerkrieg tobt weiß brie weniger denn je auf welcher seite sie steht denn auch finn hat ihr vertrauen missbraucht nur eines wird immer deutlicher vor einer prophezeiung kann man nicht davonlaufen brie muss sich ihr stellen denn es ist nicht nur ihr eigenes schicksal dass sie in händen hält buch nummer vier wie immer gibt es jetzt noch mal alle bücher im schnell das waren alle vier bücher die zur auswahl stehen wie immer werde ich sie euch jetzt noch mal im schnelldurchlauf vorstellen und zeigen zum einen wäre das flowers and bones tag der toten der reihenauftakt der dialogie dann hätten wir fighting fate von julie dorne dann auch wieder ein reihenauftakt das lied der krähen auch von einer dialogie und dann den finalen band einer dialogie also wir haben hier drei dialogien code of moon von lexi rein jetzt liegt es an euch mein schicksal liegt in euren händen ihr dürft mir jetzt mal sagen was ich denn im februar bitte lesen soll ich dürfte mir auch natürlich erzählen ob ihr eins davon schon gelesen habt was sie davon gehalten habt und so weiter und so weiter ich packe euch wie immer alle vier bücher unten in die infobox falls ihr sie euch genauer anschauen wollt das war es jetzt von mir ich wünsche euch noch einen wundervollen tag hat sein und bis zum nächsten mal wieder